Ja, moin Leute, ich will dann mal eben schnell was fertig machen zu meinen Versuchen von diesem Jahr und vom letzten Jahr, weil, ja, now or never, wenn ich es jetzt nicht mache, dauert es noch wieder ewig. Das Video mit dem Fazit zu den Precision Farming, das folgt irgendwann, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Die Ergebnisse zu den Sortenversuchen, die werde ich für mich behalten, weil das wird euch sonst nur verwirren. Die Sorten, die bei uns funktionieren, die funktionieren sowieso nirgendwo anders in Deutschland, also da könnt ihr nichts von übertragen und daher lasse ich es lieber. Fangen wir an und, ja, auf dem Bild wird nicht groß was passieren, also ihr könnt auch Headset rein, ins Ohr stecken, Handy in der Tasche, müsst nicht auf dem Bildschirm gucken. Fangen wir an mit dem Mais und dem wahrscheinlich interessantesten Versuch, jetzt im zweiten Jahr, Crosslot vs. Maisleger, wobei ich ja dabei sagen muss, mein Maisleger ist für No-Till natürlich nicht optimal, hat aber bei den Bedingungen, die in den beiden Jahren waren, eigentlich gut funktioniert. Im letzten Jahr hat die Crosslot 5% mehr Ertrag gebracht, in einem Versuch und in einem anderen Versuch, wo mehr Wildschweine auf dem Feld waren, keinen mehr Ertrag gebracht. Dann hatte ich den Versuch quasi mit den Wildschweinen ausgeblendet, weil ich gedacht habe, okay, der ist sozusagen zerstört. Jetzt war es aber dies Jahr auch auffällig, dass in dem Crosslot-Versuch ein bisschen mehr Wildschweine waren und dadurch war der Ertrag dies Jahr Crosslot vs. Maisleger identisch. Der Versuch letztes Jahr war eine sechsfache Wiederholung, dies Jahr eine vierfache Wiederholung und es wurde einfach eine Drillsaat gemacht auf eine 75er Doppelreihe. Also heißt 18,75 und 56,25 im Wechsel die Abstände. Jetzt vermute ich einfach mal, weil es ja einfach gedrillt wurde und die Pflanzen so ein bisschen ungleichmäßiger stehen, hat das den Wildschweinen einfach irgendwie besser gefallen. Oder da waren halt mehr so Einzelpflanzen hier und da mal, die die mal eben so schön umschubsen konnten. Das heißt, vielleicht wäre es ja doch besser, auch auf eine 75er Reihe zu gehen, was natürlich in der Drillsaat so ein bisschen so lala ist. Mit der Nowak sieht es ein bisschen was besser aus. Ich habe die Ergebnisse jetzt nicht mehr im Kopf, aber es sah alles gar nicht so schlecht aus, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Dann der nächste Versuch, Unterfußdüngung. Das war eigentlich recht interessant. Wir hatten dieses Jahr, also da wo der Versuch war, war reines DHP drunter, woanders hatte ich noch Mischung mit der SSA. Ja, interessant ist, die Pflanzen, weil es war ja so lange so sehr kalt, also die, die Unterfußdünger hatten oder die auch zum Beispiel im Dreieck beim Aushub mit der Überlappung ein bisschen mehr hatten, die sahen viel, 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 viel besser aus. Das Interessante ist aber jetzt beim Körnerertrag war eigentlich kaum ein Unterschied zu merken. Also die Flächen oder die Streifen, die keine Unterfußdüngung hatten, die hatten einen Minderertrag von 2%. Und wenn ich jetzt so grob, das waren irgendwas 40, 45 Kilo DHP, wenn ich die Kosten dagegen rechne, dann kommt am Ende eine Null bei raus. Und das waren jetzt Flächen, die sind nach Kinsi schon so gut wie aufgedüngt. Ein ganz, ganz bisschen P fehlt nach der Kinsi-Analyse da noch. Ist noch nicht komplett aufgedüngt, weil ich die Phosphoraufdüngung auch gerne über Jahre hinweg mache und auch gerne über die Unterfußdüngung mache. Dann haben wir auch nicht so die Festlegung, beziehungsweise auch einen recht großen Anteil über organischen Düngermacht, der wirkt sowieso nochmal wieder ganz anders. Dann Mais nach Zwischenfrucht ungefähr 12% mehr Ertrag. Also die Zwischenfrucht, die hat sich in diesem Jahr auch wieder mehr als bezahlt gemacht. Das war jetzt Vergleich nach dem Buchweizen, den wir in dem Jahr vorher versucht hatten, nach der Gerse noch schnell, gegen eine ordentliche Zwischenfruchtmischung. So und den Versuch, den hatten wir in 2016 auf 17 auch schon mal. 17 war ja ein sehr gutes Jahr für den Mais mit genug Regen, endlich mal genug Regen. Woanders war es ja zu nass, bei uns war es mal nett, war mal okay. Da war in dem Erntejahr 17 auf einem Sandboden, wo Buchweizen war und geerntet wurde und daneben eine Biostrip-Till-Zwischenfruchtmischung, war ertraglich kein Unterschied zu sehen. In diesem Jahr ein ertraglicher Unterschied von 12%. Also da das mit dem Buchweizen eh mal so eine knappe Sache ist, weiß ich nicht, ob wir das in Zukunft nochmal probieren werden und den zu ernten. Und das ist auch immer so unsicher oder ob wir lieber uns dann Mühe geben, eine richtig ordentliche, geile Zwischenfrucht da hinzusetzen. Dann hatten wir ja noch eine Parzelle, wo wir das Mobgrazing zweimal gemacht haben. Also wo wir danach nochmal die Schafe drüber geschickt haben und das hat 15% Ertrag gekostet. Ich weiß es nicht, ob es einfach nur daran liegt, weil es dann overgraced wurde, weil sie dann zu viel runtergefressen haben. Wir wollten auch ein bisschen probieren, damit einen Herbizidersatz zu machen. Oder ob es die Verdichtung vielleicht dann doch war von den Hufen. Zeigt mir eigentlich wieder, für bei uns im Trockengebiet, Beste ist Biologie, also grün etwas da halten und dann rechtzeitig mit einem Totalherbizid abtöten. Alles andere kostet zu viel Ertrag und dann wird das ganze System nicht mehr gefahren. Das ist dann egal, was die Grünen wieder für Fantasiegespenste haben. Wir müssen auch was ernten und was verkaufen und wenn wir das nicht machen, dann werden halt irgendwo anders die Regenwälder wieder umgemacht, damit es daherkommt. Dann haben wir ja noch den Planting Green Versuch. Auch, ich sag mal, der war natürlich viel zu klein, um da irgendwas von auszuwerten. Im Endeffekt haben wir jetzt so nur ein bisschen was draus gelernt. Wie müssen wir das, wie müssen wir uns da verhalten? Was machen wir da? Drinnen wir vielleicht auch ein bisschen später. Da muss in einem anderen Jahr nochmal ein richtiger Streifenversuch her. Ja und jetzt, dies Jahr auffällig, alles was sehr sehr nah am Korn drin ist und die Jugendentwicklung gefördert hat, also Nährstoffe, Mikronährstoffe, Biologie, hat sich dies Jahr komplett alles negativ ausgewirkt. So, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben ja einen Frost abbekommen, da wo die Versuche waren, waren die genau gerade auch im empfindlichen Ein- bis Zwei-Blatt. Ich schätze einfach mal, dass die Pflanzen, die die Sachen mit bei hatten, einfach einen kleinen Tacken weiter waren und ein bisschen mehr unter dem Frost gelitten haben. Weil im letzten Jahr hatten wir ja mit der Biologie einen Mehrertrag von 18 Prozent, dies Jahr bei einem Bekannten von mir mit der Biologie dran. Und wir reden da jetzt wirklich von Minimengen, also weit unter ein Kilo pro Hektar, von einem Pilz- und Protozoa-dominanten Kompost. Der hatte im Silomais auf Sandböden, ich weiß jetzt nicht, was er im Gesamten geerntet hatte, aber er hatte eine Tonne mehr Trockenmasse. Das ist ja auch schon erheblich. Die Sache mit den Mikronährstoffen weiß ich von genug Bekannten, dass sie sehr gut funktioniert, hat sich in diesem Jahr leider komplett negativ ausgewirkt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Letztes Jahr hatte ich irgendwie ein Hektar mit und da die 18 Prozent mehr Ertrag. Dies Jahr hatte ich vielleicht gerade mal zwei Hektar ohne und 200 Hektar mit und ich glaube 5 Prozent minder Ertrag. Dadurch Frost, extrem ärgerlich. Dann ja zu den Sorten vielleicht noch kurz, also da werde ich im Moment glaube ich gar nicht viel verändern bei dem, was ich mache. Also es hat sich eine Sorte wohl gezeigt, die hat es in diesem Jahr, die ist extrem besser gewesen, über 25 Prozent besser. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die es mit dem Frost besser vertragen hat, aber die Sorte werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ein paar Hektar mehr in den Versuch nehmen. Das wäre sonst eine ziemliche Verschwendung, das nicht zu nutzen. So, die nächsten Versuche in den Erbsen, muss ich eigentlich sagen, alles mit Biologie und Co. Das war dieses Jahr komplett unauffällig, wobei, ja, die meisten Versuche hatte ich in den Markstammerbsen gemacht und die waren so beschissen, da konnte man nichts mehr rausmessen. Also das war richtig zum Kotzen, die sind am Anfang sehr gut losgewachsen, haben plötzlich angehalten und umgedreht. Die sind rückwärts gewachsen, als wenn man mit einem Herbizid rübergefahren wäre. Und die normalen Erbsen sind immer weiter gewachsen, die waren top, die haben auf dem Piss-Sandboden noch irgendwie ihre zwei Tonnen gebracht und auf einem sehr schweren Boden haben sie so zwischen drei und sechs Tonnen geschwankt. Eigentlich mehr sogar zwischen vier und sechs, also das hat Spaß gemacht, aber diese Markstammerbsen, die haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwas hat denen da im Boden vorne und hinten nicht gepasst. Und die Vermutung von einem Bekannten, der international berät, ist, Kombination gebeiztes Saatgut, hohe EC-Werte im Boden durch Bodenbiologie und Erbsen funktioniert nicht. Das sehen die auch wohl Australien, USA, Kanada regelmäßig, dass das Probleme veranstaltet und diese Markstammerbsen, die waren gebeizt. Aber wie auch immer, ich werde sie nicht mehr anbauen. Auch wenn es bei manchen anderen echt richtig Geld gebracht hat, weil die bringen ja übers Doppelte an Geld pro Dezitonne, aber wenn dann gar nichts kommt, bringt nichts. So, also somit eigentlich jegliche Versuche in den Erbsen hinfällig. Kommen wir zum nächsten, kommen wir zum Raps. Aufgrund der doch recht späten Saat in dem Jahr, was ja dann ein bisschen unglücklich war vom Feldaufgang, hat man natürlich eine hohe Standardabweichung. Was die Versuche eigentlich auch nicht mehr wirklich auswertbar gemacht hat. Also die meisten der Versuche. Das Einzige, was wirklich so deutlich war, wo wir ja bei sieben Doppelmehrertrag lagen, das war es, die ganzen Mikronährstoffe nach Kinsey dort aufzudüngen. Das sind die Flächen, die noch niedrig im Humus sind, die Probleme in der Direktsaat machen. Wirklich alle, auch die aus der Zusatzanalyse, das hat da richtig was gebracht. Ich meine sieben Doppelmehrertrag, das sind bei den derzeitigen Preisen irgendwo knapp, nicht ganz 300 Euro. Da habe ich, wenn man es mal genau nimmt, einen Return on Investment von irgendwie fünf Monaten. Also das hat sich in der ersten Ernte schon rentiert. Also das hat auf den Flächen richtig massiv was gebracht. Klar, die Flächen, die gut sind, die viel Humus haben, die mehr Bodenpunkte haben, die gut in der Direktsaat funktionieren. Da merken wir das nicht so, aber auf denen die Probleme machen, da sind die Unterschiede massiv. Also ich denke mal, wenn ich die Flächen jetzt dies Jahr flächig, Großteil haben wir schon fertig. Ein, zwei Nährstoffe fehlen noch auf ein paar Hektar, die machen wir jetzt noch im Winter und im Frühjahr. Aber das kann was geben. Ich denke mal, dann haben wir die Flächen auch so weit, dass die in der Direktsaat genauso gut laufen oder sogar besser als die Mulchsaaten eben an. Was ja auf den anderen Betriebsflächen schon so ist, nur halt auf den nördlichen Flächen bei mir am Betrieb ja wirklich noch massive Probleme bisher macht. Heißt, Getreide, Erbsen funktioniert da relativ gut. Minimaler Minderertrag bisher, wo es noch nicht aufgedüngt war. Wie gesagt, haben wir noch nicht gemacht da, weil wir wegen Tauschverträgen, Pachtverträgen nicht wussten, was da weiter mit den Flächen passiert. Ich düng so ungern auf, wenn sie danach zum Nachbarn gehen. Vor allem, wenn der noch so zum Agrarinvestor gehen. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dem wünscht man alles, aber nicht viel Gutes. Also nochmal, um es abzuschließen. Auf dem Standort bisher Getreide, Erbsen, minimaler Minderertrag hat sich rentiert, weil ich weniger ausgebe. Ich denke mal, das wird sich jetzt ändern, nachdem wir die Mikronährstoffe auch im Griff haben. Mais, Raps hat auf den Böden noch richtig Probleme gemacht. Ich denke mal, die werden in Zukunft auch dort, was ja wirklich ein, es ist ein ganz, ganz seltsamer Boden. Der in der Mulchsaat super ertragsfähig ist, weil der Untergrund gut ist und Wasser hält. Aber an sich, der Oberboden, der ist, da ist vieles im Argen. Da war auch überhaupt keine Biologie jahrelang drin. Das werdet ihr irgendwann später nochmal im Winter sehen, wenn ich mal dazu komme, die ganzen Aufnahmen aus dem Herbst alle mal hochzuladen. Also mein Fazit. Ja, Mais, Crosslot, Ablage ist wesentlich besser. Ein normaler Maisleger, ich schiebe es einfach mal auf die Seitenwandverdichtung von dem Doppelschar-System beim normalen Maisleger. Dass ich dadurch einfach so viel Ertrag in der Direktsaat, wie gesagt, das ist in einem gelockerten Boden wohl sowieso alles Puder, ist ja eine völlig andere Geschichte. Aber in der Direktsaat verschenke ich damit wahrscheinlich mehr Ertrag, als was ich bei der Crosslot durch schlechte Längsverteilung verschenke. So, und da ist dann halt die Frage, wie kriegt man das optimiert und dann kann man wunderbar mit einer Maschine weniger arbeiten. Passt auch wieder zum ganzen Minimalismus-Gedanken. Ein Gerät weniger, was Platz in der Halle wegnimmt, Geld auf dem Konto wegnimmt, darum steht, um das man sich kümmern muss, was man reparieren muss, wo vielleicht irgendwann mal die Kabel brüchig werden oder weiß der Geier was. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die auch einfach mit der Zeit leiden. Und ja, auch eine Maschine weniger, an denen der Zahn der Zeit im Sinne der Fortschritt nagt. Zweites Thema, Unterfußdüngung. Ich werde mich trotzdem noch nicht ganz von weg trauen im Moment, weil einfach die Entwicklung, gerade wo es so kalt war, die sah wirklich sehr schlecht aus. Da hätte ich jetzt wirklich Angst, wenn wir nochmal so ein kaltes Frühjahr haben, dass das nicht nachher doch noch irgendwo einen, ich sag mal, Totalausfall oder Halbausfall machen kann, wenn wir das nicht machen. Und ich muss ja eh hier und da noch ein bisschen Phosphor aufdüngen. Aber definitiv weiter beobachten, versuchen. Und das ist natürlich jetzt was, das passt natürlich wieder nur bei mir auf meinen Böden, so wie ich es überprobt habe. Das kann bei euch alles wieder ganz anders aussehen. Dann nächstes Thema, Jugendentwicklung, Mikronährstoffe, Biologie nahe am Saatkorn. Ja, auch hier mehr Versuche nötig, wie es in einem anderen Jahr aussieht. Lag es dies Jahr wirklich nur am Frost oder ist irgendwas anderes schief gelaufen? Müssen wir rausfinden. Und ja, Fazit, last but not least, hat sich nochmal wieder sehr deutlich gezeigt, dass Kinsey Probe wirklich sehr wichtig ist. Und je kleiner die Tonne ist, also je kleiner das Liebig-Fass ist, je niedriger die Kation-Austausch-Kapazität, je weniger Humus im Boden ist, desto wichtiger ist es, dass das bisschen was an Nährstoffen verfügbar ist, weil es auch in der Drecksaat langsamer mineralisiert, gerade am Anfang, desto wichtiger ist es, dass wir das irgendwie ausgeglichen da haben. Soll heißen, ist das Fass im Ganzen schon sehr klein, weil ihr eine geringe KAK habt und ist dann noch ein Brett davon klein, dann passt da nicht mehr sonderlich viel Wasser, also Ertrag in dieses Fass. Wenn ihr ein kleines Fass habt, ist es umso wichtiger, dass die ganzen Bretter eine ähnliche Länge haben. Habt ihr ein sehr, sehr großes Fass, also eine sehr, sehr hohe KAK, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn einer ein bisschen niedriger ist, weil das Ertragspotenzial erreicht ihr vielleicht sowieso nicht, weil ihr nicht genug Regen habt oder weil gar nicht so viel Sonne scheint, dass man dieses Potenzial überhaupt irgendwie erreichen könnte oder die Genetik gibt dieses Potenzial gar nicht her, was dann noch möglich wäre, rein theoretisch. Auf tollen Schokoladenböden mit einer KAK nach Kinsi, 15 aufwärts, ordentliche Humusgehalte, genug Niederschlag. Kann sein, kann sein, muss nicht sein, kann sein, dass so einem diese Probe gar nichts weiterhilft, aber da, wo es wirklich grenzwertig ist, da muss es schon genauer passen. Das ist genauso wie, wenn ihr einen Boden habt, der einfach wenig Wasser speichern kann. Je weniger Wasser euer Boden speichert, desto wichtiger ist es, dass ihr regelmäßige Niederschläge habt oder je kleiner euer Bierglas ist, desto öfter müsst ihr voll machen. Einziger Unterschied dieser Analogie, der Boden wird nicht schal, das Bier schon. Mit dem Schlusssatz verbleibe ich dann mal. Schönes Wochenende noch.